Liebe Geschwister, Omar möge da mit ihm zufrieden sein. Er pflegte die Gesandtschaften aus dem Jemen, immer wenn es Besuche aus dem Jemen gab, in Medina, nach Uwais al-Qarani zu fragen, ist er unter euch? Und eines Tages wurde ihm geantwortet und er wurde zu Uwais geführt. Und er fragte ihn, bist du Uwais aus der Abzweigung der Qarani, der Murad, Abzweigung und der Beate? Bist du Uwais, der Sohn von Amir und Uwais, er beate? Omar wurde etwas persönlicher. Er sagte, hattest du einmal eine Hautkrankheit gehabt, die geheilt wurde, bis auf einen Flecken so groß wie eine Münze? Und Uwais, er beate. Und er sagte, deine Mutter lebt noch? Und er sagte, ja, meine Mutter lebt noch. Und dann sagte Omar, möge da mit ihm zufrieden sein, dass er vom Propheten gehört hat, sallallahu alayhi wa sallam, dass es einen Mann dieser Beschreibung geben wird, aus dem Jemen, vom Stamme der Koran, vom Unterstamm der Murad, der eine Hautkrankheit hatte, die geheilt wurde, bis auf eine Münzfleck große Stelle. Und dessen Mutter lebt und er ihr gegenüber ehrerbietig ist. Und er sagte, wenn du diese Person treffen kannst, Omar, dann bitte sie darum, für dich um Vergebung zu bitten. Denn das Bittgebet dieser Person ist bei Allah Ta'ala angenommen. Muss eine besondere Person sein. Muss eine besondere Person sein. Und Omar, als er ihn dann traf, erzählte er ihm dies, wie bereits gesagt, und sagte, so bitte bei Allah Ta'ala um Vergebung für mich. Und Uwais, er tat dies. Omar sagte, was machst du nun? Er sagte, ich möchte nach Kufa, in den Irak. Und er sagte, kann ich etwas für dich tun? Ich kann dem Gouverneur, der Khalif spricht gerade zu dir, ich kann dem Gouverneur, dem Landesminister, ein Empfehlungsschreiben mitgeben. Dann kümmert er sich um dich. Stellt euch mal vor, ihr hättet, ein Empfehlungsschreiben von einem Innenminister, was damit alles einhergeht. Uwais sagte höflich, nein, danke. Aber ich möchte als gewöhnlicher Mensch leben. Und Omar, als er Besuch von diesen Ursprungsseminiten bekommen hat in Medina, aus der Gegend Kufas, er fragte immer, er suchte nach Gelegenheiten, nach Uwais zu fragen. Und eines Tages kam einer der Anführer aus Kufa, um die Pilgerfahrten durchzuführen. Und er war in Medina gewesen. Und Omar traf ihn und fragte ihn nach Uwais, Al-Qarani. Und er sagte, ja, ich kenne ihn. Er lebt in einer verarmten Gegend und hat auch nicht viele Möbel. Also, die kannten sich persönlich. Und Omar, als er dann diesen Anführer getroffen hat, er gab ihm die Worte vom Propheten Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, mit. Und als der Anführer dann zurück nach Kufa kam, ging er zu Uwais und sagte, Uwais, bitte für mich um Vergebung bei Allah. Und Uwais tat dies. Aber da hat er schon etwas gerochen. Da hat er schon etwas gespürt. Er sagte, hast du Omar getroffen? Und er sagte, ja. Und dann im Laufe der Tage, ihr wisst ja, das Gute verbreitet sich. Wurde viel von den Menschen angefragt. Und das hat ihn dazu geführt, einfach so von der Bildfläche zu verschwinden. Es ausgewandert dorthin, wo ihn niemand kannte. Was können wir alles aus dieser Begebenheit lernen, liebe Geschwister? Was können wir alles lernen? Zunächst einmal, diese Person hatte ein erfülltes Bittgebet bei Allah Ta'ala. Und trotzdem hat Allah Ta'ala diese Person geprüft. Durch eine schwere Krankheit. Denn der Prophet sagte, sallallahu aleyhi wa sallam, Allah Ta'ala, er testet diejenigen, er prüft diejenigen, die er liebt. Nimm dir jetzt die Zeit, ich nehme mir auch die Zeit, über deine Prüfungen nachzudenken. Und schau dir diese Prüfungen im Lichte dieser Worte vom Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam an. Bist du immer noch abgeneigt? Oder ist dies ein Geschenk für dich? Dass du weißt, Allah Ta'ala, er bereitet etwas Gutes für dich vor, dass er dich prüft. Und es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er dich prüft. Weiter, liebe Geschwister, man soll andere darum bitten, für einen Bittgebet zu sprechen. diejenigen, von denen man vermutet, dass sie nahezu Allah Ta'ala stehen oder in diesem Fall von denen man es weiß oder aber auch nicht. Denn manchmal sehen unsere Augen nicht richtig beziehungsweise diese beiden Augen sehen sehr gut, aber wir sehen es zu wenig mit dem Auge des Herzens, weil es verschmutzt und fast verblindet ist aufgrund unserer Entfernung Allah Ta'ala gegenüber. Aber woher willst du wissen? Vielleicht ist nicht diese oder jene Person eine Person, die Allah Ta'ala sehr nahe steht. So fordere sie auf, für dich Bittgebete zu sprechen. Und selbst wenn diese Person eine sündhafte Person ist, vielleicht ist dies der Anfang der Religiosität dieser Person. Der sagt, oh, ich soll für ihn Bittgebete sprechen, naja, Hamzulillah, mach ich. Und dann schmeckt sie die Süße der Bittgebete. Beginnt sie den Kontakt mit Allah Ta'ala. Das heißt, bitte andere darum, für dich Bittgebete zu sprechen. Weiter, liebe Geschwister, dass man nacheinander fragt. Omar, als er, wie gesagt, Besuch aus Medina kam, bekam, er pflegte nach Always zu fragen. Ja? Kennt ihr ihn? Wenn ja, wie geht's ihm? Oft sitzt man in einer Runde und die Gesprächsthemen werden immer, ja, immer schlechter, immer grenzwertiger, erfordern immer mehr, dass man tauber begeht. Das ist an sich ein gutes Gesprächsthema. Fragt nach euren Bekannten, nach euren Freunden, nach euren Studienkameraden, nach den Schulkameraden, nach den Arbeitskollegen, aber auf eine Weise, dass ihr danach Bittgebete für sich sprecht oder ihnen Erfolge gönnt, wenn ihr Erfolge von ihnen vernehmt. Oder wenn ihr mitbekommt, dass sie Hilfe brauchen, dass ihr auch wirklich euch bemüht, ihnen zu helfen. Und sei es, wie gesagt, durch ein Bittgebet. Fragt also nacheinander. Dies ist das Netz der Oma. Niemand sollte durch dieses Netz der Oma fallen. Aber wenn wir nur egoistisch sind und nicht nach den anderen fragen, dann, wie gesagt, wird es einige Menschen geben, die vielleicht weniger offensiv ihre Probleme anderen weitertragen. Und man weiß dann nicht, geht es ihnen gut, geht es ihnen schlecht. Oft sind es meistens diejenigen, die sehr viel lächeln und sehr viel positive Energie verstrahlen, verstrahlen, ausstrahlen. Verstrahlen ist was anderes. Aber vielleicht haben sie Probleme. Deswegen fragt zwei, dreimal nach. Gerade bei den Arabern, gerade bei den Orientalen. Die reden nicht sofort über ihre Probleme. Mag sein, dass man einen deutschsprachigen, einen urdeutschen Muslim fragt, und wie geht es dir? Und dann sagt er, mir geht es überhaupt nicht gut. Und dann fängt er eine halbe Stunde zu reden. Das habt ihr gar nicht erwartet. Ihr wolltet nur Alhamdulillah hören und das war es. Beim Araber müsst ihr vielleicht ein bisschen bohren. Ein bisschen gucken, wie sagt er das? Schaut in sein Gesicht sehr tief und fragt nochmal und nochmal und nochmal. Um zu zeigen, ihr seid füreinander da. Dass wir füreinander da sind. Anderen Tipps geben. Omar hat dieses Gut nicht für sich selbst behalten, sondern er hat es weiter weitergegeben bei dieser Gelegenheit. Übrigens, dieser Hadith ist in Sahih Muslim festgehalten. Das ist eine authentische Begebenheit. Dass man kein Angeber ist. Weder in weltlichen Dingen noch in religiösen Dingen. Always, er hätte ja sein Geheimnis für sich behalten können. Dass sein Bittgebet angenommen ist. Aber ein angenehmes Leben, ein Kufa-Leben führen können. Aufgrund des Empfehlungsschreibens von Omar. Er hätte gesagt, ja Omar, weißt du, ich bin mit der Familie unterwegs und wir sind Auswanderer und vielleicht kannst du für mich irgendwie eine schöne Wohngegend klar machen. Oder ein bisschen Startkapital, dass ich ein paar Geschäfte aufziehe und Halal-Geld mache und Angestellte habe, was für die Wirtschaft tue. Ja, wäre alles halal und richtig und gut auch gewesen. Aber er wollte weder ein Angeber sein, was, dass dies als anbelangt, also er hat dies für sich gefürchtet, noch wollte er bekannt sein für seine inneren Gaben, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat, damit er diese auch rein behalten kann, liebe Geschwister. Das ist ein Zeichen für die Wichtigkeit des Ikhlas. Und sicherlich hat diese Person für sehr viele Menschen mit Gebete gesprochen. Nicht, dass ihr denkt, er hat diese Gabe für sich egoistisch behalten und nicht verwendet für die Ummah. Aber er wollte nur nicht bekannt dafür sein. Er wollte nur nicht bekannt dafür sein. Was erwähnte der Prophet Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam, was besonders ist an dieser Person? Zum einen, dass sie geprüft wurde, aber jeder Mensch wird geprüft. Die besondere Tat, die der Prophet erwähnt hat, sallallahu aleyhi wa sallam, war, dass Awais seiner Mutter gegenüber gütig und ehrerbietig ist, ihr Gehorsam gegenüber ist. Das zeigt uns den Stellenwert, den allgemeinen Stellenwert der Eltern im Islam und im Speziellen auf die Mutter bezogen, liebe Geschwister. Allah sallallahu sagt in der 17. Sura, im 23. und 24. Vers, 17, 23, 24, 17, 23, 24, folgendes, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْقِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِيُدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَنِي صَغِيرًا Und dein Herr hat entschieden, dass ihr niemandem dienen dürft, außer ihm und den Eltern gegenüber Wohltaten erweisen sollt. Falls einer von ihnen oder beide von ihnen bei dir ein hohes Alter erreichen, so sage nicht zu ihnen uff, sondern sprich zu ihnen auf gütige, auf ehrerbietungsvolle Weise. Genau, und schelte sie nicht, also sei nicht hart zu ihnen, schelte sie nicht. Und aus Barmherzigkeit senke die Flügel der Demut über sie. Aus Barmherzigkeit die Flügel der Demut. Wir kennen dieses Bild aus dem Tierreich, nicht, dass Vögel ihre Flügel über ihre Kleinen, über ihre Eier legen. Die Flügel der Demut, ja nicht, ich kümmere mich schon um euch, sondern der Demut, der Barmherzigkeit. Und sprich, mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Zunächst einmal die Frage, warum finden wir Verse im Koran, die die Kinder in die Pflicht nehmen in Bezug auf die Eltern? Warum finden wir so leicht keinen Vers, der die Eltern dazu auffordert, gütig und barmherzig zu ihren Kindern zu sein? Warum? Die Koran-Gelehrten sagten, es ist die Natur eines Vaters, einer Mutter, barmherzig zu seinem Kind zu sein. Das sieht man unter Tieren, das sieht man unter niederen Geschöpfen, Insekten. Deswegen wird derjenige angesprochen, der nachlässig ist im Koran. Derjenige angesprochen, der nachlässig ist im Koran. Überlege, bis wann reicht deine früheste Erinnerung? Schließ die Augen, denk drüber nach. Hm, wie alt war ich gewesen? Ah, da war ich fünf Jahre. Da war ich, nee, da war ich vielleicht vier. Da, glaube ich, war ich drei. Und mache, schneide dir einen Film, YouTube, ja, aber für dich persönlich, in Bezug auf deine Eltern und deine Kindheit, von den ersten fünf Jahren. Wie lange wäre dieser Film? Zehn Minuten? Wäre schon viel, oder? Wir haben fast alles vergessen, von den ersten Jahren. Und da, liebe Geschwister, da liegt auch das Geheimnis begraben, warum wir daran erinnert werden müssen, Gutes unseren Eltern gegenüber zu tun. Wenn wir einander einladen, wir sagen, ey, komm, heute lade ich dich ein, heute darfst du Döner mit Schafskäse nehmen und Getränk und fleißig noch Nachtisch dazu. Wir sagen, oh, wir fühlen in unserem Herzen, der hat mir echt was Gutes getan. Das muss ich irgendwie wieder gut machen. Ey, beim nächsten Mal lade ich dich aber ein, okay? Ansonsten kann ich das nicht annehmen. Wir sind da total, ja, wir wollen immer auf null bisschen rauskommen oder ein bisschen größtügiger als der andere sein. Aber wenn wir überlegen, was haben unsere Eltern für uns getan? Die ersten fünf Jahre? Zwei Minuten, wenn wir einen Film draus schneiden würden. Wir haben alles vergessen. Und natürlich sind dies die schwierigsten Jahre. Liebe, das wissen wir alle. Ja, Kinder, wir lieben sie, aber sie verlangen von uns auch Aufopferung. Und Verzicht. Das sehen wir. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir erinnert werden von Allah. Ansonsten wären wir komplett nachlässig, weil wir eine Art Amnesie haben. Wir können uns nicht daran erinnern, was unsere Eltern für uns alles an Gutem getan haben. Es kam eine Frau zu Aisha, das ist in Bukhari festgehalten. Mögele hat Allah mit Aisha zufrieden sein, unserer Mutter. Und Aisha berichtete dem Propheten, Mohammed S.A.W. davon, dass sie, die Frau hat drei Datteln bekommen, hatte zwei hungrige Töchter und sie gab einer Tochter eine Dattel, der anderen Tochter eine andere Dattel und dann für sich, sie hat auch gehungert. Klug wäre es gewesen, dass sie selbst die Dattel ist, damit sie stark sein kann und wieder zu Kräften kommt, um für ihre Kinder da zu sein. Das wäre klug gewesen. Definitiv. Aber sie hat es nicht übers Herz gebracht. Sie hat diese letzte Dattel geteilt und beide Hälften ihren beiden Töchtern gegeben. Und der Prophet sagt, Sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah Ta'ala sie für diese Tat vom Höllenfeuer befreit hat. Ich garantiere euch, all eure Eltern, Vater und Mutter, sie haben ihre Dattelgeschichten. Sie haben für euch aufgeopfert. Nur wir, wir haben gegessen und danach haben wir vergessen. Gegessen und vergessen. Das sind die ersten fünf Jahre, liebe Geschwister, und viele Jahre danach noch in Bezug auf das, was wir an unseren Eltern oder woran wir uns erinnern können in Bezug auf unsere Eltern. Und liebe Geschwister, wir, gerade wir, 2015 Frankfurt am Main, wir brauchen noch mehr Erinnerungen in Bezug auf das, was wir unseren Eltern schulden, was Allah Ta'ala festgesetzt hat, als andere Epochen oder als andere Gebiete auf dieser Erde. Denn wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo den Eltern keinen großen Wert beigemessen wird. Einfach so abgeschoben, trotz Möglichkeiten, ins Altersheim. Und wenig Respekt wird ihnen gegenüber gezollt. Und viele Widerworte. Das heißt, wir bedürfen es doppelt. Wenn wir nun allesamt Christen wären, die vor 200 Jahren gelebt hätten, dann wäre das vielleicht noch etwas anderes gewesen, weil eine andere Zeit und eine andere gesellschaftliche Atmosphäre geherrscht hat. Versteht ihr? Aber die Zeit hat sich nochmal komplett geändert. Deswegen bedürfen wir noch mehr der Erinnerung als vielleicht andere Generationen in anderen Situationen. Auch deswegen, weil wir unsere eigenen Eltern nicht dabei beobachten können, wie sie gütig zu ihren Eltern sind. Weil gerade sehr viele von unseren Eltern ausgewandert sind aus ihrer Heimat, um halt finanziell die Familie vor Ort zu unterstützen. Das ist das, was wir mitbekommen. Aber wir bekommen nicht den Alltag mit, der vielleicht in der Heimat gelebt wird, wie dort den Eltern Ehre erwiesen wird. Das heißt, wir haben gar keine Vorlage, gar kein Beispiel aus unserem Alltag, woraus wir lernen können, wie wichtig es ist und wie man überhaupt gut zu seinen Eltern ist. Raudi Ayyad möchte ich mit ihm zufrieden sein, einer der großen Rechtsgelehrten. Er sagte, es ist verpflichtend, den Eltern zu gehorchen, außer, wenn die anbefohlene Sache oder der Wunsch der Eltern eine Sünde mit einschließt. Und das bedeutet gleichzeitig, wie andere Gelehrte auch festgestellt haben, dass du alle freiwilligen Taten in deiner Religion gegenüber den Wünschen und Befehlen deiner Eltern unterzuordnen hast. Du willst freiwillig viel beten, aber das widerspricht dem Wunsch deiner Mutter, dass du mehr im Haushalt hilfst, dann hilfst du deiner Mutter im Haushalt mehr. Warum? Das eine ist eine Pflicht und das andere ist etwas Freiwilliges. Und eine freiwillige Tat kann niemals eine Pflicht, wenn man sie zu erfüllen vermag, ersetzen. Ashokani, der große Rechtsgelehrte aus dem Jemen, will Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, der im 19. Jahrhundert unter anderem wirkte. Er sagte, dass Allah Ta'ala in diesem Vers 17, 23, 24, also in der 17. Sure, der 23. bis 24. Vers, dort spricht Allah Ta'ala davon, dass man ihm allein zu dienen hat. Und danach befiehlt er, dass man den Eltern gegenüber Wohltaten zu erweisen hat. Er sagte, diese Verbindung ist eine Betonung. Dass Allah Ta'ala den Gottesdienst mit der Ehrbietung den Eltern gegenüber, der Güte den Eltern gegenüber verbindet, das ist eine Betonung. Da gibt es also noch mehrere Ausrufezeichen hinter dieser Aufforderung von Allah Ta'ala im Koran. Ibn Abbas sagte, als er diesen Vers rezitierte, dass Allah Ta'ala sagt, und dankt mir und und danke mir und deinen beiden Eltern. Ibn Abbas sagte, wenn du Allah Ta'ala dankbar bist, aber nicht deinen Eltern gegenüber dankbar bist, nimmt Allah Ta'ala auch nicht den Dank ihm gegenüber an. Das eine ist mit dem anderen verbunden. Denn der Prophet sagte, die Zufriedenheit des Herrn ist mit der Zufriedenheit oder von der Zufriedenheit der Eltern. Und der Zorn Allah Ta'ala ist verbunden mit dem Zorn der Eltern. Oder der Zorn Allah Ta'ala ist vom Zorn der Eltern. Beides ist miteinander verbunden, liebe Geschwister. eine der authentischen Hadithe besagt, dass drei Bittgebete nicht zurückgewiesen werden. Das Bittgebete Eltern, des Fastenden und des Reisenden. Deswegen sollten wir uns diese Bittgebete erhalten, liebe Geschwister. Wir sollten direkt zu unseren Eltern gehen und sagen, sprech bitte viele, viele Bittgebete für mich. Und ganz ausführlich, wir können ruhig eine Liste anfertigen. Mit verschiedenen Kategorien. Dafür sind unsere Eltern, liebe Geschwister, ein unersetzlicher Schatz. Hussein, wir können mit ihm zufrieden sein, der Enkel des Propheten Mohammed, er sagte, wenn es etwas Geringfügigeres, etwas Kleineres geben würde, in Sachen Ungehorsam den Eltern gegenüber als Uff sagen, oder wie das auch kulturell gehandhabt wird, oder irgendwelche bestialischen Laute, so hätte Allah dies auch verboten. Das heißt, er hat das Geringste im Koran verboten, das heißt, alles, was darüber hinausgeht, ist sowieso schon längst verboten, da Allah schon das Geringste verboten hat. Ibn Abbas sagt, dieses Uff, das ist ein Ausdruck der Abneigung. Dass du irgendetwas nicht magst. Und Mujahid, der große Korankommentator, er sagte, dass dieser Vers oder diese Passage aus dem Vers bezieht sich auf folgendes Ereignis, auf folgende Situation. Dein Vater, deine Mutter kommen ins hohe Alter und sie können nicht richtig den Ruf der Natur erledigen, den Gang zur Toilette und dann nässen sie sich ein, dann machen sie sich voll und du reinigst sie dann von den Fäkalien, vom Kot, vom Urin. Das sind übrigens Wörter, die sollte man beherrschen können. Weil ansonsten, wenn man über diese Dinge spricht, beim Arzt oder in anderen Gelegenheiten, dann hat man nur die schlechten Wörter, die man verwenden kann. Es gibt so einige Wörter, da sollte man die korrekten Begriffe kennen, ansonsten wird es peinlich. Ich stelle euch mal vor, der Imam, der würde jetzt irgendwelche Wörter nennen, obwohl er es gut meint, rein sachlich, Katastrophe, oder? Und du reinigst deine Eltern von diesen Fäkalien, vom Kot und vom Urin. Und dabei riechst du Dinge, kaum auszuhalten. Aber du lässt es dir nicht anmerken. Du lässt es dir nicht anmerken. Diese Situation ist damit gemeint. Das heißt, wenn dein Vater nichts mal von dir verlangt, räum mal dein Zimmer auf. Oder deine Mutter sagt, mach mal deine Hausaufgaben anständig. Oder geh mal einkaufen. Trag den Müll raus. Das sind Kleinigkeiten, liebe Geschwister. Dieser Vers, er verlangt viel, viel mehr von uns, als nur diese Kleinigkeiten. Das heißt, erst recht sollten wir diese Kleinigkeiten erledigen können, die unsere Eltern von uns verlangen. Er sagte, dass man die Schwingen der Demut über die Eltern legen sollte, das bedeutet, dass man ihnen jeden Wunsch erfüllen soll. Und die Gelehrten der Seelenreinigung haben gesagt, dies bedeutet, bevor sie ihn äußern. Das heißt, manchmal, man weiß schon, er will bestimmt dies, oder sie will bestimmt jenes, oder ihre Routine ist, dies und jenes. Ja, Mama ist gewohnt, das und das gerne zu haben. Dass man das erfüllt, bevor Mutter oder Vater das ausspricht. Da haben wir eine Menge vor uns, liebe Geschwister. Ein Hadith hat mich beruhigt, den ich auch in Bukhari vorfinden konnte. Bei mir und meiner Mama ist es immer so, wir telefonieren beispielsweise, oder wir verabschieden uns, und dann sagen wir uns immer so drei bis vier bis fünf Mal, oder wie auch immer, ich hab dich lieb. Ich hab dich ganz doll lieb. Manchmal, ja, man ist ein bisschen, vielleicht ist man ein bisschen gehetzt, vielleicht hat man einen Termin, oder einfach, wenn man kein guter Sohn ist, man bricht immer ab. Weil die Mama, die könnte dann die ganze Zeit umarmen, die könnte einem tausendmal sagen, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Aber subhanallah, jetzt weiß ich, dass es nicht nur meine Mama ist, sondern wahrscheinlich alle eure Mütter sind genauso. All eure Väter, ja, die sind ein bisschen anders, die Väter, aber ähnlich, ja. Abu Huraira, dessen Nachbarin war wer gewesen, dafür hat er gesorgt, seine Mutter. Ja, und ihr wisst, ein muslimischer Mann hat viel zu tun. Er muss arbeiten, die Frau muss nicht arbeiten, die kann arbeiten, aber muss nicht, aber der Mann muss arbeiten. Und dann der Mann ist verpflichtet, wenn er das kann, zur Moschee zu gehen. Ja, so nach einer Rechtsschule, aber ihr wisst, was ich meine, okay? Nach einer Rechtsschule sündigt er, wenn er kann. Nach den anderen ist es so, dass es eine freiwillige gute Tat ist. Aber so oder so, die Prophetengefährten haben damals auch die freiwilligen guten Taten so verrichtet, als seien es Pflichten. Ja, natürlich mit dem Wissen, es ist freiwillig. Es heißt hin und her zur Moschee und zur Arbeit und zum Markt und es wird überliefert in Bukhari, dass Abu Huraira immer von draußen ins Haus reingerufen hat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Mutter. Und sie sagte, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lieber Sohn. Und dann sagt Abu Huraira, Danke, möge er dir barmherzig sein, liebe Mutter, dass du mich aufgezogen hast, als ich klein war und die Mama antwortete und möge er dir barmherzig sein, dass du dich gut um mich kümmerst, während ich alt bin. Und dann wiederholten sie das, ja, oftmals auch miteinander, weil dann wollte er wieder gehen, sagt wieder Assalamu alaikum und dann, ja, so etwas war Alltag gewesen. Das sind Dinge, die müssen wir unseren Eltern schenken. Die können wir nicht einfach, also schenken im Sinne von, und wir sind verpflichtet, mit unseren Eltern auf diese ehrerbietige Art und Weise umzugehen. Ein Mann kam zu Omar und sagte, oh Omar, meine Mutter kann nicht mehr richtig auf Toilette gehen. Das heißt, ich trage sie, ja, weil damals waren die Toiletten nicht in den Häusern, sondern sie waren außerhalb der Wohngebiete. Das heißt, da ist man erst mal, ja, zehn Minuten spazieren gegangen, bis man zu den Toiletten, zu den öffentlichen Toiletten kam und dann wieder zehn Minuten zurück. Das heißt, stellt euch vor, ja, 40, 50, 60 Kilo auf dem Rücken, ja, einmal hin, einmal zurück. Und das ist wie oft am Tag, ja, mehrmals am Tag. Er kam zu Omar und hat gesagt, oh Omar, ich trage meine Mutter, ja, zur Notdurft und ich helfe ihr sogar dabei, ich helfe ihr sogar dabei, sich zu reinigen, aber ich schaue nicht hin, also ich mache das auf respektvollste Art und Weise. habe ich ihr zurückgezahlt? Omar sagte nein. Er sagte, habe ich zurückgezahlt, was sie für mich getan hat, als ich klein war? Omar sagte nein, denn sie hat es damals getan, sie hat dich getragen und dich sauber gemacht und dich angezogen, etc., damit du lebst, aber du tust es in der Hoffnung, dass sie bald stirbt. Ja, wir können unseren Eltern es nicht zurückzahlen, liebe Geschwister. Es ist unmöglich. Lass uns Allah-Tal an dieser Stelle um Vergebung bitten, für uns, unsere Eltern und alle Geschwister im Glauben. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Den Eltern gegenüber dankbar sein. Das ist für uns eine sehr wichtige Tat. Denn wir haben einen Speicher in Bezug auf unsere Eltern, was sie uns alles verboten haben, woran sie alle schuld sind und was sie alles hätten tun können, aber nicht getan haben und was sie getan haben, aber nicht hätten tun sollen. Ja, das ist oftmals in Bezug auf unsere Eltern bei uns gespeichert. Aber Allah ta'ala fordert, dass man gegenüber den Eltern dankbar sein und das schließt mit ein, denk drüber nach, was deine Eltern alles für dich getan haben. Und am Ende, wenn du erstmal anfängst, drüber nachzudenken und du legst sie auf die Waagschale deiner Eltern, eine Tat nach der anderen, am Ende wirst du sehen, dass das, was sie für dich getan haben, viel, viel größer ist und viel, viel schwerer wiegt als das, wo sie vielleicht Fehler als Menschen haben. Und dann frag dich, hast du nicht auch Fehler? Und dann frag dich, wirst du es überhaupt besser machen können, wenn du später mal Vater bist oder später einmal Mutter bist? Dieser Dank, liebe Geschwister, das ist eine Aufgabe. Wie viele Seiten habt ihr schon geschrieben für die Schule oder fürs Studium oder um irgendwelche Anträge auszufüllen? Fangt mal an, einen Antrag, ein Formular auszufüllen, was eure Eltern alles Gutes für euch getan haben. Heftet es bei euch ab irgendwo und immer wenn ihr merkt, euer Herz wird ungehorsam, dann lest euch das mal durch. Und gerade unsere Eltern und Großeltern, die haben eine Menge getan, die haben ihre Heimat verlassen, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Wir sind hier verwöhnt aufgewachsen, wir haben hier alles, ja, von der Krankenversicherung bis zur kostenlosen, guten Schulbildung, ja, aber unsere Eltern, die haben ihre Heimat verlassen. Ja, wenn bei Klassenfahrten in der Schule, ja, gibt es immer Leute, die heulen, oh, ich will zurück zu Mama. Du warst nur ein paar Tage weg von deinem Heim und fängst schon an zu heulen. Unsere Eltern, sie haben ihre Heimat komplett für viele, viele Jahrzehnte verlassen müssen. Die haben eine Menge getan. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, der von Imam al-Tirmidhi festgehalten wurde, die Eltern sind die beste Tür zum Paradies. Wer sind die mittlere Tür zum Paradies? So bewahre sie dir. Durch unseren Dienst an unsere Eltern, liebe Geschwister, können wir uns eine Tür, und zwar die beste Tür zum Paradies, bewahren. Und dies bedeutet für uns Lebenssegen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass jeder, der Segen in seinem Lebensunterhalt haben möchte und in seinem Alter und in seiner Nachkommenschaft, der soll die verwandtschaftlichen Beziehungen pflegen. Das heißt, du willst Geld, du hast einen Businessplan, dann arbeite in diesem Businessplan ein, gut zu den Eltern zu sein und deine verwandtschaftlichen Beziehungen zu pflegen und dann wird Allah ta'ala auch deinen Lebensunterhalt vermehren und reichlich segnen. Liebe Geschwister, wir werden inshallah die Khutbah fortsetzen in zwei Wochen meines Wissens und dort werden wir nicht über die vergessenen Eltern sprechen, sondern unter anderem über den vergessenen Vater im Speziellen. weil oftmals überwiegt bei uns auch in unserem Verständnis, in unserem religiösen Verständnis und in unseren Taten die Mutter. Bis zu einem Maß berechtigt, selbstverständlich. Ihr braucht mir die Hadith jetzt nicht zu nennen, aber wir untertreiben in Bezug auf unsere Täter, glaube ich, noch viel mehr als in Bezug auf unsere Mütter und weiter umgekehrt den vergessenden Vater. Die Väter und ihre Nachlässigkeiten und wie wir diese beheben können, wird inshallah in zwei Wochen nochmal neu thematisiert werden. Wir sammeln nun inshallah für die Aktivitäten dieser Moschee, spendet inshallah, dass nicht nur Strom, Wasser und Miete gezahlt sind, sondern auch noch etwas übrig bleibt für die Aktivitäten, die auch ihre Finanzierung bedürfen. Allah Ta'ala verspricht euch im Koran O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Ich darf an der Stelle aufmerksam machen auf das Seminar, was in den Frühjahrsferien stattfinden wird vom 2. bis zum 9. April, vom 2. bis zum 9. April, von morgens bis abends, da geht es um das Thema islamische Orientierung, für uns selbst, aber auch wie wir am besten anderen den Islam erklären können. Meldet euch an, die Plakate sind an den Ausgängen ausgehängt und auch auf der Homepage iisev.de könnt ihr euch auch informieren. Der Frauentreff am Sonntag wird Optimismus, positives Denken ab 2.30 Uhr behandeln. Sonntag 2.30 Uhr der Frauentreff und der Brüdertreff, der Jugendtreff morgen um 19 Uhr. Es wird einen Ausdruck zu einer anderen Moschee geben und auch über die 18. Sura Al-Kaf einen Vortrag geben, inshaAllah. Lass uns an dieser Stelle uns vorbereiten auf unser Gebet, das Gebet zu beten, als sei es unser letztes Gebet, die Lücken schließen untereinander und wenn wir in der Niederwerfung uns befinden, unsere Bittgebete an Allah Ta'ala richten. Rahmatussallah. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020